Was geht ab Leute, Hells Nick hier und willkommen zu einem neuen Video und es gibt wieder ein paar Neuigkeiten in Sachen FIFA und daher gibt es vielleicht noch ein kleines Update, wir wissen es noch nicht genau, könnte sein, muss nicht sein und zwar kennt ihr doch das gute alte Jahr, das chinesische Neujahr und zwar das ganze letzten Jahren auch, letztes Jahr war es nämlich das Jahr des Roosters, also ich glaube des Haans war das und dieses Jahr gibt es das Jahr des Hundes. So, was soll uns das eigentlich sagen, das ist die Frage, ja, EA bringt seit Jahren auch schon beim Jahr des Stiers und und und, also seit Jahren immer wieder Special Packs zu diesem Event raus und dieses Event startet am Freitag, dem 16.02., das ist also übermorgen nachdem ihr das Video hochkommt und dort gibt es wieder ein paar schöne Sachen, Special Packs und und und, es ist halt ein typisches EA Event und das Jahr des Hundes startet dann. Und da gibt es halt wieder die 0815, die Sachen, wie es auch an Weihnachten gibt oder letztes Jahr natürlich auch, es kommen Promopacks raus, es kommen Lightning Rounds raus, ähm, es gibt wieder billigere Pack Coins, beziehungsweise Packs für, ja, weniger Coins, ganz spezielle Rewards in Sachen Squad Building Challenges oder in diesen neuen technischen Aufgaben, die wir jetzt haben, ähnliche Aufgaben, gibt es vielleicht auch was Besonderes dazu, es gibt sicherlich auch wieder ein neues Trikot speziell zu diesem Jahr des Hundes. Und wie gesagt, weitere esklusive Squad Building Challenges und ich denke, es wird wieder ein geiles Event sein, wieder ein paar schöne Packs reduziert, EA wird wieder Geld machen, oh ja, wieder Coins ausgeben. Und auf jeden Fall ist das die kleine Ankündigung, es sei also, könnte sein, dass ein kleines Update kommt, soll, muss aber nicht, aber auf jeden Fall ist dieses Event so gut wie angekündigt, es ist sogar angekündigt, es kommt also sehr wahrscheinlich an diesem Freitag, um 7 Uhr wahrscheinlich wieder, wenn nicht sogar früher. Und neue Packs, Lightning Rounds, das kennen wir ja, äh, billigere Packs und, 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 wahrscheinlich ein paar Electrum Packs auch zu kaufen, ein Special Kit und ganz viele Squad Building Challenges, vielleicht auch jeden Tag eine neue oder zwei neue. Vielleicht gibt es auch Lightning Rounds in Sachen Squad Building Challenges, das hatten wir ja auch gehabt, ich glaube um Weihnachten rum, also da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, vielleicht schenkt uns EA wieder was, der Geburtstag kommt ja auch noch bald, oh Gott, also, EA hat jetzt demnächst wieder ein paar Hunden mit uns zu feiern und dann gibt es wieder ein paar Events. Von daher, 16. Februar, diesen Freitag, ähm, das Jahr des Hundes, ähm, das war's auch schon, die kleine Info, ich bedanke mich schon, Leute, jetzt haut ein Abo raus und ein Like raus, falls ihr nie wieder ein Video verpassen wollt, ähm, Updates und Neuigkeiten gibt's immer hier zuerst und ganz schnell, in dem Sinne, das war's auch schon, ich verabschiede mich, bis dann, ciao, ciao. Und, tschüss.